Ich denke, man muss wirklich schauen, was eigentlich mit der Hype gemeint ist. Ich denke, dass sich der Markt einfach anpasst und eine ganz große Veränderung gegenüber paar Monaten, vielleicht sogar paar Jahren gegenüber heute ist, dass Lösungen mit KI affordable sind, mir fällt gerade kein deutsches Wort ein, die sind günstiger zu bekommen, als es früher der Fall war, soll heißen, dass die Hersteller dieser Lösungen natürlich nicht mehr diese Unsummen verlangen können, wie es vielleicht vor zwei Jahren noch war, als es noch was ganz Neues war. Und die logische Konsequenz davon ist natürlich, dass der Wert der Unternehmen nicht mehr so explosionsartig nach oben geht, wie es bisher der Fall war. Aber die Nachfrage ist ungebrochen und na klar, wenn man Börsenwerte von Unternehmen anschaut, dann ist immer schnell die Panik da. Aber ich denke, wir brauchen uns da keine allzu großen Sorgen machen, dass die drei großen Unternehmen, die da tätig sind, morgen vor dem Pleitegeier stehen. Also das, jetzt sagt man so schön, der Markt regelt und das wird auch hier weiterhin der Fall sein. Ich denke, dass wir spätestens mit ChatGPT, das ist jetzt eineinhalb Jahre her oder sowas, glaube ich, gelernt haben, die richtigen Fragen zu stellen. Und wir sind mittlerweile in der Lage, als Konsumenten, sowohl privat als auch Unternehmen, zu unterscheiden, ob wir es mit echter KI oder mit Schlangenöl zu tun haben. Es ist sehr häufig so, dass Unternehmen dieses Konzept vom AI-Washing betreiben und man bietet irgendeine Lösung an, wo vielleicht der Hilfetext mit einer KI erstellt worden ist, aber das war schon alles, was mit einer KI zu tun hat. Und mittlerweile sind wir durchaus in der Lage einzuschätzen, zu schauen, ob da wirklich was hinter steckt. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Nachfrage haben. Bei der Umsetzung von KI müssen wir ein bisschen unterscheiden. Als Hersteller einer Software hat man natürlich erst mal zu entscheiden, was für Modelle nutze ich. Und da geht es ja auch schon los. Entwickele ich ein eigenes Modell oder kaufe ich ein Framework ein? Die gibt es ja bei allen großen Cloud-Anbietern schon relativ gut und die funktionieren auch prima. Wenn ich eigene Modelle einsetze, dann gut, ich habe IT studiert, da hat man noch ein bisschen Mathematik dabei. Aber wenn wir mal so ein Regressionsmodell nehmen, um zu schauen, wie man Dinge miteinander vergleichen kann. Ich brauche das richtige Modell für den entsprechenden Einsatz. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich muss während der Entwicklung ja schon anfangen, die KI zu trainieren mit den Daten, mit denen später umgegangen werden sollen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und das Training beim Hersteller kann eigentlich nicht lange genug gehen, weil je mehr man das mit Daten füttert, desto klüger wird es wie ein Kleinkind ungefähr. Dann kommt es zu dem Punkt, wo die KI dann tatsächlich oder die Lösung, die die KI beinhaltet, beim Kunden eingesetzt wird. Und hier sieht man mittlerweile deutlich, wie sehr sich das verändert hat. Vor, ich muss jetzt lügen, vor zwei Jahren, vielleicht waren es auch drei Jahren, habe ich auf einer größeren Messe mit einem Hersteller von einer Sicherheitslösung gesprochen, die auf KI basiert. Und die Implementationsphase beim Kunden wurde zwischen acht und zwölf Monaten eingeschätzt. Das war damals normal. Das kann sich heute keiner mehr erlauben. Die Systeme müssen beim Kunden möglichst schnell einsatzbereit sein. Wir reden hier über Wochen maximal, in denen auch ein Feintuning betrieben werden kann. Das große Problem, das es da allerdings gibt, ist, dass in vielen Unternehmen die Daten einfach nicht angeglichen worden sind. Da gibt es im Englischen einen schönen Begriff, der nennt sich Garbage In, Garbage Out. Und der ist natürlich sehr wichtig für simple Automation und natürlich auch für den Einsatz von KI. Gehen wir mal davon aus, dass mit den Daten alles passt und die KI läuft. Man tut gut daran, wenn man eine KI zuerst nur beratend einsetzt. Das heißt, das System kann im Hintergrund laufen und sammelt Daten und schlägt dann vor, das und das wäre eine Aktion, die Sinn macht. Und idealerweise erklärt auch, warum denn dieser Vorschlag kommt. Das hilft uns natürlich ein bisschen Vertrauen, also uns als Menschen, ein bisschen Vertrauen zu gewinnen, wie es denn zu der Entscheidungsfindung der KI kommt. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Hersteller von KI-basierenden Lösungen eine solche Option anbieten, bevor direkt Entscheidungen automatisch getroffen werden, deren Konsequenzen man unter Umständen nicht einschätzen kann. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, die KI erstmal beratend zu nutzen, dann sehe ich, alles funktioniert wunderbar und kann die dann in eine Art Assistenten befördern. Also dann kann durchaus Aktionen durch die KI eingesetzt werden. Aber man darf nie vergessen, es ist immer eine Art von Supervision notwendig. Man sollte immer mal drauf schauen, was denn das System macht. Wir brauchen ja nicht in Details angehen von KI-Halluzinationen und so weiter. Dazu ist keine Zeit. Aber man schaut ja auch hin und wieder mal, was seine Mitarbeiter machen. Und genauso sollte man auch hin und wieder mal schauen, was das KI-basierende System von sich selbst austut. Je nach Art und Weise, wo KI in einer Lösung untergebracht wird, gibt es natürlich unterschiedliche Risiken. Wenn ich einfach nur eine KI als Assistenz habe, vielleicht in einem Browser, der mir bei der Suche von irgendwelchen Dingen hilft, sind die größten Sicherheitsbedenken, die ich habe. Wo kommen die Daten her? Und vielleicht führe ich einfach mal einen Cross-Check durch. Nehme doch mal eine zweite Quelle, um zu schauen, ob das alles so passt. Aber in den meisten Fällen bleibt es ja nicht dabei. Wir nutzen KI-basierende Lösungen, um unseren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Und je komplexer die sind und je mehr Automationen da sind, desto höher sind natürlich auch die Risiken. Ich gebe mal ein Beispiel aus unserer Welt. Wir führen AI-Ops durch, also auf KI-basierende operative Maßnahmen in der IT und könnten zum Beispiel Server verschieben durch bestimmte Lasten. Das macht man seit vielen, vielen Jahren regelbasierend, relativ simpel, mit Schwellwerten zu arbeiten. Aber man kann natürlich hier auch mit KI deutlich mehr machen und weiter in die Zukunft planen. Und Lösungen, die in der Lage sind, solche Entscheidungen selbstständig zu tätigen, haben meistens sehr viele Berechtigungen. Und hier ist genau der Punkt. Es ist wie in der Frage, die wir gerade schon hatten, eine gute Idee zu schauen, muss sich wirklich alles automatisieren, auch wenn es wirklich wichtige Dinge sind? Oder ist es vielleicht einfach nur praktisch, wenn ich einen KI-Assistenten habe, der mich auf Dinge aufmerksam macht und mir die entsprechenden Lösungsvorschläge angibt? Und ich schaue dann einfach darauf und sehe, hey, das ist alles machbar, aber den letzten Schritt, zumindest bei potenziell riskanten Manövern, den führe ich immer noch als Mensch durch. Als Menschen sollten wir immer noch in der Kontrolle sein, egal was für ein System uns zuarbeitet. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Vielen Dank.